Herzlich willkommen zu diesem EDIUS Praxistraining mit dem Schwerpunkt Zeitmanipulation. Ich bin Thomas Wagner, zertifizierter EDIUS Trainer und Inhaber der Filmpraxis. Auf dieses Training habe ich mich ganz besonders gefreut, denn es räumt mit einigen populären Mythen auf und verrät zahlreiche Profitricks. Ich verspreche Ihnen, dass es spannend wird. Beim Thema Zeitmanipulation geht es nicht nur um Zeitlupe, Zeitraffer und dynamische Geschwindigkeitsveränderungen, sondern auch um Standbilder und Bildraten. Ich weiß, dass sich viele Filmemacher sicher sind, dass sie sich mit Bildraten bestens auskennen. Das dachte ich auch, bis ich mich mit dem Thema intensiv beschäftigte. Es lauern einige Fallen, die es zu meistern gilt, bei der Aufnahme und beim Schnitt. Im zweiten Kapitel, gleich nach dieser Einführung, gehe ich darauf ein. Es geht um richtige und um falsche Bildraten, um niedrige und um hohe. Und natürlich auch um die gern geführte Diskussion über eine flüssige Wiedergabe. Sind hohe Bildraten dabei besser? Nun, wir werden es zusammen sehen. Ich gebe Ihnen Tipps zur Aufzeichnung, zum Schnitt und zur Präsentation Ihrer Filme. Das ist nicht so einfach, wie es klingt. Wir schauen uns an, was passiert, wenn Videoclips mit unterschiedlichen Bildwiederholungsraten in einem Projekt gemischt werden. Wie lassen sich Doppelbilder oder auch lästige Geisterbilder verhindern? Und geht das überhaupt? Ich erkläre Ihnen, wann Sie Halbbilder und wann Sie Vollbilder verwenden sollten. Beide Aufzeichnungsvarianten sind durchaus noch relevant. Und da es manchmal notwendig ist, überhaupt erst herauszufinden, in welchem Format und in welchem Codec Material vorliegt, zeige ich Ihnen Interpretationsmöglichkeiten mit kostenlosen Programmen. Damit kommen Sie weit. Allerdings, mit dem Wissen aus den ersten Lektionen werden Sie feststellen, dass Sie nicht immer ein Video in der Bildrate wiedergeben können, in der es auch aufgenommen wurde. Daher gehe ich ausführlich auf die Umrechnung von Bildrate in EDIUS ein, mit vielen Praxisbeispielen. Nachdem wir die Qualität bei der Darstellung von Videomaterial und die flüssige Wiedergabe beim Abspielen gesichert haben, gehe ich in Kapitel 3 einen Schritt weiter und beleuchte die Frage nach der richtigen Bildrate aus einer ganz anderen Perspektive. Ein Thema taucht dabei automatisch auf. Zeiteffekte. Gemeint sind damit Zeitraffer und Zeitlupenaufnahmen. Sie lernen alle Werkzeuge zur Zeitmanipulation kennen. Das ist nicht nur spannend, sondern wichtig. Denn Geschwindigkeitsveränderungen helfen Ihnen, Ihre Geschichte mit filmischen Mitteln zu erzählen. Dazu erkläre ich Ihnen die Unterschiede zwischen echten und unechten Zeiteffekten. Ich zeige Ihnen, wie EDIUS Zeitlupenmaterial richtig interpretiert. Denn da gibt es einiges zu beachten. Wir beschäftigen uns mit statischen Zeitlupen und auch mit dynamischen Geschwindigkeitsveränderungen. Ich zeige Lösungen für mehr Echtzeit beim Schnitt und erkläre die Vorteile eines Video-Mixdowns. Mit dem Layouter werden Sie zusätzliche Effekte gestalten. Und auch der Ton spielt eine Rolle im dritten Kapitel. Ich zeige Ihnen, wie Sie einen bewegten Hintergrund für ein DVD- oder Blu-ray-Menü erstellen, erkläre den Umgang mit Halbbildmaterial. Wir werden eine Kugel rollen lassen. Dynamisch, rückwärts, vielleicht ein wenig verrückt. Dazu serviere ich jede Menge Tipps aus der Praxis. Und einen Wettkampf gibt es auch. Ob das Programm Respeeder von Brodat bessere Ergebnisse erzeugt als EDIUS, klären wir in einem direkten Vergleich. Im vierten Kapitel dreht sich alles um Einzelbilder. Sie erfahren unter anderem, wie in EDIUS Standbilder und Screenshots aus Videomaterial erstellt werden, zum Beispiel für einen DVD- oder Blu-ray-Cover, oder auch für die Weiterverwendung in Ihrem Film. Sie lernen, Bilder und Fotos zu animieren, verwenden den Stroboscope-Effekt und die Framerate als Effektfilter. Mit der Stop-Motion-Technik erwecken Sie reglose Objekte zum Leben. Auch das Erstellen einer Timelapse-Sequenz wird in diesem Kapitel gezeigt. Als Bonbon serviere ich Ihnen zwei dicke Extras. Ich zeige Ihnen, wie Sie mit dem kostenfreien Programm Root Generator unkompliziert Wegstrecken in eine Landkarte einzeichnen. Und wie Sie mit Google Earth Pro beeindruckende Flüge simulieren. Alles Schritt für Schritt und leicht verständlich erklärt. Sie werden staunen und Ihr Publikum auch. Ich zeige Ihnen, wie Sie mit dem kostenfreien Programmieren. Ich zeige Ihnen, wie Sie mit dem kostenfreien Programmieren. Ich zeige Ihnen, wie Sie mit dem kostenfreien Programmieren. Ich zeige Ihnen, wie Sie mit dem kostenfreien Programmieren. Ich zeige Ihnen, wie Sie mit dem kostenfreien Programmieren. Ich zeige Ihnen, wie Sie mit dem kostenfreien Programmieren. Ich zeige Ihnen, wie Sie mit dem kostenfreien Programmieren. Ich zeige Ihnen, wie Sie mit dem kostenfreien Programmieren. Ich zeige Ihnen, wie Sie mit dem kostenfreien Programmieren. Vielen Dank.